Hast du die Vines jetzt alle abgebaut? Nein, die Vines hat man damit verwendet, ja. Weil, Louis, die kannst du doch wachsen lassen. Ja, aber ich hab doch gedacht, du hast auch acht. Nein! Hallöchen, ihr Unfing, und willkommen zur nächsten Folge Paradoxon. Zusammen mit Paul-Jui. Paradoxon? Nein, nur Paradox. Paradox, Paradoxon, alle das Leiche. Ja, also wir können die Chemie-Komposer erst benutzen, wenn wir Strom haben. Das haben wir leider festgestellt. Ich brauch jetzt mal eine Workbench. Wir haben keinen Birg-Zapling bekommen, aber einen normalen Zapling. Und dann hab ich noch ein paar Bäume gepflanzt. Wir müssen irgendwie... Kannst du Wasser holen? Also nicht hier direkt im Flur. Hallöchen, ach. Was machst du denn da? Hallöchen? Hast du mich gerade geschlagen? Kannst du mal aufhören, unser Raumschiff zu zerlegen? Ich wollte eine Abkehr zunehmen, wir haben keinen Bock, hier mal den Elevator zu nutzen, um hier unten hinzukommen. Das dauert jedes Mal Jahre. Weil das die Ewigkeiten dauert. Oder wir können einfach die Elevator nicht durchgehen. Wir würden basteln später die Elevators woanders hin. Weil jedenfalls nachher ganz da hinten durchlaufen, um hier wieder vorne hinzukommen. Komm mal her, hier, ich hab pink Busche. Komm mal her zu deinem Loch. So. Bin da. Da, bitte schön. Pflanzt die mal noch. Ja, die hab ich gerade hergestellt. Du hast doch auch Wines gekriegt, oder nicht? Die kann man anpflanzen. Achso. Achso, ja. Genau so. Und dann hab ich... Wo ist unser... Kannst du... Du bist unten beim Supply. Hallo, komm nochmal zu deinem Loch. Komm mal her. Äh, ich hoffe, du hast noch Büsche. Komm her. Hallo. Was war das denn gerade? Ist da unfähig. Was war das gerade? Ich hab nichts gehört. Bei mir hat das voll geraschelt, das hat mich gerade total kürr gemacht. Ja, die Büsche, die wir gerade angepflanzt haben, sind alle wieder weg. Warum? Ich weiß nicht. Ich hab sie hingestellt und alle sind die spawnen. Also, jetzt sind nur noch zwei hier. Ich hab hier die ganze Reihe voll gemacht und dann... Pfff, waren alle wieder weg. Warst du hell? Mist da unfähig? Guck mal hin, damit ist viel mehr Licht. Ja, ich hab die hier reingestellt an der Wand. Da wird ja immer weniger. Ja, dann pflanzt ihr die jetzt selber. Also, du besorgst neue. Du hast auch Weins gekriegt. So unfähig. So unfähig. Ich verstehe nicht, wie das... Ich hab keine Weins mehr. Die hab ich dir alle gegeben. Nein, ich hab nur acht Stück gehabt. Und jeder acht. Ja, und wir haben vier Stück gekriegt. Wir haben vier nur gekriegt? Ja, ich hab dir meine gegeben. Ich hab dir alle hingefahren. Ja, super. Ja, dann weißt du Bescheid, wo es hätte. Hast du die Weins jetzt alle abgebaut? Nein, die Weins hat man damit verwendet. Ja. Weil du, die kannst du doch wachsen lassen. Ja, aber ich hab doch gedacht, du hättest auch acht. Nein! Warum denn nicht? Ja, weil ich keine acht Stück hab? Ja, super. Ich hab die Arbeit... Warum hast du die Bischof zerstört? Sag mal! Du bist so kacke. Du bist kacke. Du bist so unnütz. So unnütz. So mega unnütz. Meine Fresse. Jetzt ist alles weg. Hohle mal die Cobblestone-Karte. Die hast du... Du hast deine eigene Cobblestone-Karte. Ja, die hab ich in die Kiste gepackt. Ja, da ist sie auch drin. Sieh mal zu, dass wir Cobblestone... Ja, wo ist deine? Wo war denn unser scheiße Pleilager für Wasser und so? Das war oben. Oben. Wie oben? Ja, oben. Beim Essen. Nein. Ach, stimmt, doch. Da ist das Sauerstofflager, stimmt. Der ist so unfähig, der Typ, ne? Der hat schon noch... Wegen dir. Ich könnte kotzen. So, ich brauch Wasser. Wasser. Water-Store-Rage. Zack. Einmal mit Profis. Einmal, du. Was haben eigentlich unsere Freunde noch? Hatten die nicht irgendwas Gutes an ihren Zimmern? Irgendwas Sinnvolles? Hallo, ich verstehe das hier nicht. Das war mir klar. Aber ich meine... Hier ein Nachtschränkchen. Oh, hier sind Bücher. Irgendwas ist hier falsch. Du bist falsch. Was ist denn falsch? Nein. Wenn ich auf den Ding im Schiff gucke, auf diesen Paradoxen Generator gedrückt habe, da steht Paradox Storage 40, also hat er wahrscheinlich 40 drin, oder? Was soll denn das sonst heiß? Nichts wahrscheinlich. Nichts, worüber du den Kopf zerbrechen musst. Wie farbigen Kabel zum Brot machen? Wie farbigen? Ich hätte gerne ein farbigen. Normal 0815. Guck mal, der Pink Generator. Da brauchen wir einen Ofen für. Also, so viel kommt jetzt noch, wie für einen Ofen brauchen wir. Und... Nein, ehrens. Natürlich. Hol doch mal da oben noch den anderen Paradoxen. Dann können wir das beide gleichzeitig machen wahrscheinlich. So schneller geht das. Nö. Mach du mal ruhig. Der wird dauern Ewigkeiten. Mir auch egal. Komm gleich, ich muss mal eben Sugarcane anpassen. Der bringt den Paradoxen Generator mit. Ja, ich bringe auch den Paradoxen Generator mit. Oh ja, Earlyboy, die werden hier rumholt. Wissen wir mal den Bereich, ich auch schon viele Recher mitbringen. Und noch einmal. Die Kekse gehen langsam zum Ende hin. Ja, deswegen brauchen wir den Pink Generator. Kriegen wir da auch Essen raus, oder wie? Nein, da kriegen wir aber Strom für unseren Chemical Decomposer. Und der kann aus Sugarcane Essen machen. Ganz einfach. Unfähigkeit hat keine Grenzen, außer Early. Sei ruhig da oben. Die Abkürzung durch das Loch ist toll, aber dass du unsere Büsche verloren hast, ist scheiße. Dass du die ganze Zeit verschwendet hast, ist scheiße. Ja, was machen wir denn da? Sollen wir uns die ercheaten? Warten wir mal ab, vielleicht können wir uns ja noch irgendwie welche herstellen. So, hier. Ähm, okay, pass auf. Ne, sondern welche brauchen, machen wir die. Jetzt stelle ich die anderen Maschine hier vor. Vielleicht gibt es dann doppelt so Stromloch. Willst du auch? Hey, bleib du doch unten und drück. Drück du mal dreimal, um zu gucken, ob es überhaupt geht. Drück du mal unten. Ach so. Wir gucken jetzt erstmal, ob das überhaupt funktioniert mit dem hier oben. Nein. Ich weiß nicht. Aber wir brauchen, brauchen insgesamt brauchen wir dreimal müssen, das wir Kabel drücken. Ne. Der funktioniert so nicht. Also wir müssen wirklich drunter stehen. So eine Kacke. Das heißt, wir können es nur mit dem einen. Aber das dauert ja Jahre. Hunderte, ja, hunderte Jahre. Mein Elf geht lang in Richtung Ende. Ja. Oh, das ist ein farbiger Cometstone. Hallo farbiger Cometstone. Ich hab nichts gegen farbige. So, wie viel Cometstone hast du denn schon? Ein, wenn das auf Salt lag. Gut, dass wir da auch nicht normalen Cometstone draus machen können. So eine Kacke. Den kannst du so nutzen wie normal. Ja, 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 das ist ganz gut so. Wir haben jetzt fünf Cometstone, wie ich sehe, richtig? Und ich brauche für den Pitch-Generator, brauche ich einen Ofen, also einen Fernand und eins, zwei, drei, vier, fünf normale Cometstone. Also wir brauchen 14 Stück. 14 Stück, Early. Ja, ist ja nicht viel. Würde dir gerne helfen, aber ich glaube, okay. Ich kann dir was von meinem Essen geben oder wir tauschen ab und zu mal. Ja, ich hab ja auch noch meine, 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 meine Kalamari. Ja, ich hab ja auch noch meine Glückskekse. Der sagt mir zwar immer scheiße. So was, find the diamonds soon. Ja, danke. Nee. Genau. Warte, da steht mir noch mehr scheiße. Während du das liest, ist ein Enderman in deinem Haus und klaut dein Haus Block für Block A. Andy? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich hab geguckt, wo der Enderman ist. Ach so. Das hier ist nicht mein Haus. Was steht denn noch? Doch, das ist unser Haus. Was ist denn da sonst? Du bist kein wahrer Mensch. Du bist aus, du bist gemacht aus Cubes and Pixels. Aus Blöcken und Kisten. Ey, vier. Mensch, das ist ja motivierend. Ja. Gib mir noch mal den Generator. Nein, mach mal da jetzt weiter. Ich hab ne Idee, was wäre, wenn man den Generator unter den Generator steht. Ja, ganz toll. Hier, da, du Generator unter dem. Generator. Ich wollte gerade sagen, wo ist der schon wieder hin? Da. Drückst du jetzt noch mal? Push it. Push it, Bane. Passiert nicht. Ja, Moment. So. Bist du da unten? Wir haben nur noch sechs Tage. Guck mal, das funktioniert ja doch. Wie funktioniert das? Nein. Also wenn ich jetzt da oben noch einmal drücke... Ist nur ein bisschen. Nein, hat nichts verändert. Nein, funktioniert nicht. Gerade. So, ich brauch schon mal den Özen. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Ich will dann nicht die ganze Folge nur den Scheiß da unten machen. Oh ja, dann muss ich das halt machen. Ist doch unfähig. Wir brauchten aber nicht mehr viele. Die zweimal drücken. Jetzt hat er auch noch mal ein König, oder? Wir brauchen wirklich nur noch zwei Cobblestone. Ey, was ist das denn? Wie? Cobblestone. Nein, hier oben. Guck mal. Achso. Hä? Ah, nee. Ich hab mich gewundert, warum da so eine... Anzeige ist. Aber die ist nur dafür da, um zu gucken, wie viel man noch braucht. Ja. Ja. The next Minecraft update will fix all the bugs, I promise. There is a creeper behind you. Was? 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 Wo? So, ich glaube, wir haben eigentlich alles, glaube ich. Warte, lass mich gucken. Krieg Generator. Nee, noch nicht ganz. Eins fehlt noch. Einmal noch. One day Slime shall rule the world. Okay. So, jetzt müsste er theoretisch gewesen sein. Du brauchst aber Farbigen. Hero Brian is watching you. There is a creeper right behind you. Playing ping pong with a gas is fun and dangerous game. Warum? Da war doch gerade schon. Ja, aber du hast einen normalen Kabbel zumbekommen. Du brauchst Farbigen. Ist egal, welchen ich kriege. Nein. Für den Generator brauchst du... Nein. Vollkommen bumpe. Ich hab ihn fertig. Und jetzt? Ja. Jetzt können wir den hier irgendwo hinstellen. Farbige, dieses... pinke Zeug reintun und dann bringen wir Strom daraus. Das blöde ist nur... Wohin? Wo stellen wir ihn hin? Hier. Meinst du, wir bleiben hier unten? Na gut, okay. Dann machen wir da jetzt den chemischen T-Composer drauf. Zeig dir, wie es funktioniert. So. Erstmal Farbe rein. Wow. Der produziert ziemlich wenig Farbe. Ziemlich wenig Strom, weil die hält nicht lange. Und jetzt tust du oben den Schukerkern rein. So. Und es klappt nicht. Ja, der Moment. Der braucht tausend Energie. Pro-Item. Ja, weil da ist ja noch kein Strom da. Ja, 300. Guck da an der Seite. Unpowerable. Das rote oben. Ach so. Ja, super. Da reicht die pinke Farbe ja... Gar nicht lange. Und ist leer. Kannst du da nicht Kohle reinpacken? Nein. Sicher? Das hieß ja nicht pink Generator. Dann war mal noch mein Generator. Ich geh dann mal heult. Warte mal. Ah, warte mal. Die Quest habe ich abgeben. Da gibt es bestimmt... Ah, guck. Da kriegen wir was für. Hurra. Okay. Du darfst jetzt aussuchen. Was soll ich nehmen? Die Vines? Oder die Pink Vines? Du nimmst die Vines. Okay. Ich nehme den Reward-Bag. Ich hoffe, dass das Kultus rauskommt. So, und dann tun wir jetzt nochmal ein bisschen... Hey. Brauchen wir den? Was? Hallo. Hallo. Hallo? Du behindert. Hast du wirklich in den Mauszeiger gekriegt? Ja, einen Cursor. Wo braucht man den? Könntest du mal nicht diese Scheiß-Bags nehmen? Hier hast du Scheiß-Wein zu nehmen. Oh, wie geil. Was denn? Mit dem Chemical Decomposer können wir mit dem Ding... Guck hier. Guck hier, guck hier. Wenn wir den Cursor... Wenn wir den Cursor... Er hat nichts gemacht. Was? Er hat nichts verwandelt. Aber das klappt halt nicht immer. Oh, Mann. Ich hoffe, du verbrennst gerade nicht alles an Churacane. Nein, das haben wir oben schon angepflanzt. Gucken wir mal lieber weiter. Ja, du hast das angepflanzt, du hast das Wasser her. Ja, wir haben doch ein Wasser-Reservoir. Hm? Much pink, such that grows. I can use lots and lots of that pink dye to synthesize me some items. Due to the station damage, the synthesize is complete randomly, though. Was? Was? Wir müssen 4100 pink abgeben. Aber wie? Hä? Wie sollen wir das denn schaffen? Ach, das ist nur eine Subquest. Siehst du, da geht es nicht mehr weiter. Ich dachte gerade schon. Drinking Chemistry. Den Cursor, wenn du den in den Chemical Decomposer packst. Ach, guck mal, das funktioniert, Louis. Ja? Ist da jetzt was rausgekommen? Ja. Du musst das zu große, das kannst du trinken. Hydrogen ist ja nur Wasser und Oxygen ist Sauerstoff. Guck mal mit den Cursor, was du da bekommst. Aber kommst du auch, ich kann es auch reinpacken. Ja, man kann fast alles auseinandernehmen. Aber da kriegst du ja nur, uh, da kriegst du Titanium, Dioxid und Glycin. Okay, nett, nett. Nimm dir mal das Zucker da raus und trink das mal. Moment. Ich weiß ja schon, was passiert. Das muss ich jetzt meinen Zuschauern nicht zeigen. Aber bei dir kennt man das noch nicht. Und ich gucke mal, was es noch an Generatoren hier gibt. Ich meine, das kann ja nicht unsere einzige Stromversorgung sein. Da kriegst du ja eine Survivalist Generator. Das ist zum Beispiel immer ziemlich günstig herzustellen. Was passiert jetzt, Speed, oder was? Und das ist Essen, oder wie? Mhm. Und das Oxygen, Petrogen, was ist das? Das brauchst du, um andere Sachen herzustellen. Wir können, Early, wir könnten einen Survivalist Generator herstellen. Der würde am Anfang erstmal helfen. Das Oxygen brauchen wir wahrscheinlich für unser... Braucht Holzbrode. Du brauchst es für Chemie im Allgemeinen. Ja, das Oxygen brauchen wir wahrscheinlich für Sauerstoff. Mr. Earlyboy. Ja. Würden Sie mir bitte einmal zuhören. Ach, C. Also, wir bauen jetzt einen Survivalist Generator. Der produziert aus Holzkohle Strom. Das bedeutet, wir benötigen jetzt... Hörst du mal auf, mich mit deinem Scheißholz zu werfen, du volle Idiot? Wir produzieren jetzt aus... Wir brauchen jetzt noch ganz viel Stein. Und das machen wir so, indem wir jetzt diese schöne Maschine hier unten unter den Ding bauen. So, Oldfeger, wir hätten das zu groß, hätten wir abgeben müssen. Ja, da ist doch noch was drin. Zweig Stück brauchen wir davon. Ja, du hast jetzt den Generator mitgenommen. Ich dachte, das ist schon... Ja, den wollte ich unter die Maschine bauen. Und wir den... Ähm... Item Generator da. Bläh, bläh. Wir brauchen auf jeden Fall 18... Äh, 16... Und noch mehr Cobblestone. Ich hoffe, die war jetzt funktionieren jetzt auch. Wo willst du den überhaupt anpflanzen? Die... Äh, die anderen Bonusbaustern, äh... Kannst du überall, glaube ich, anpflanzen. Stimmt, dann mach dir mal hier irgendwann. Alle Wände. Geht mal her. Wie hast du? Du doch, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, nehmen wir hier. Ja, aber, ich glaube, du musst was machen. Ich muss jetzt schon was machen. Das ging ja schnell. Gut, Leute, wir sehen uns hoffentlich in der Lebensfolge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr den dann wieder einschaltet. Und, äh, ja, gucken wir mal, was wir dann endlich schaffen. Ja, stirbt mir bitte nicht. Bis zum nächsten Mal. Gut. Hau drin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.